Hol dir ein. Oh, was haben die alle? Dolades, SG Stahlmunition. Würde ich mal sagen... Ich benutze die einfach mal. Hab ich Feltrit? Ja, 40 Schuss. Oh, ja, ist... Verfe-fe-fe-fe-fe-fickt. Ähm... Drastische Maßnahmen. Warte, erst mal. Ich würde gerne noch eine verbesserten Roboter bauen. Und noch einen. Danke. Dann einmal Wingsticks. Wie viel bekomme ich? Egal. Verstärker brauche ich nicht. Ähm... Ich wollte eigentlich eine Waffe ausrüsten. Ich muss den Sack da jetzt irgendwie totkriegen. Und am besten benutze ich dafür... Wollte ich schon immer mal. Headshot. Headshot. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Die haben aber viel Müll hier. Na? Kleiner? Hm. Hm. SG... Ich hab... Ach, ich hab die Wingsticks. Das ist okay. Gerade. Schrot. Die denken, ich laufe hier mit Schrot durch. Ha. Heute nicht. Immer kurze Zwischenspeichern. Oh, die Gearheads, die hauen aber ordentlich rein. Also, wenn man mal sieht, was die so Schaden machen. Obwohl, das Gewehr gerade das Große von dem Großen hat nicht so unbedingt toll gewirkt bei mir. Da ist der Suka! Er flutet! Oh, fuck! Ah, das funktioniert nicht bei denen. Ah! Meine. Na toll. Dich krieg ich. Das war... Ich hab keinen verschwendet, so gesehen. So. Zwei Stück auf einmal. Komm, Leute, das ist... Schön Munition verwallert hier. Ich glaub, ich geh jetzt doch erstmal kurz noch mit der Schrotflinte. Das weh. Ich hab aber eine schöne Panzerung. Ich will mal bitte die Wingsticks wieder. Ihr blöden... Ich meinte, ihr... Ach, ihr blöden Gearhits. Schlimm ist, die kann ich auch nicht köpfen. Muss ich jetzt da durch, wenn die nicht läuft, oder was? Sieht gefährlich aus. Hier ist nichts mehr. Also, ich hab nichts gesehen. Ich hab doch sicherlich schon was... Irgendwas übersehen. Das ist der... Das ist ein ordentlicher Tresor. Zwischenspeichern und dann gehen wir da gleich mal rein. Ist das da unten der Defi? Nee, das sieht nicht nach epischem Bossfight aus. Ich speichere lieber nochmal ordentlich. So, Speichervorgang. Bitte den Computer abschalten. Äh, ich meinte nicht abschalten. So. Ist geladen. Dynamitbolzen. AVX-Munition. Schrot-Munition. Dynamitbolzen. Ich nehm mal kurz die Schrot. Berichte Redstone. Dein Scheitern. Was? Hä? Bin ich... Bist du bescheuert? Ähm. Achso, Karten. Nee. Ich muss ja doch irgendwo den Dings haben. Schlüsselkarte. Kaputte Feltrit-Energie. Ah, die ist beschädigt. Du mich auch. Tschüss. Ich hab die Pull-Schuss ausgerüstet. Was? Ne, hier komm ich nicht durch. Schade. Das wäre eine Verschwendung. Von Mitteln. Apropos Verschwendung von Mitteln. Hä, hä, hä. Geköpft. Geköpft. Ah, folgen wir. Oh. Ja. Hahaha. Ja. Das ist sehr beschadig. Ah, schnell, Lot durch. Äh, mal kurz speichern. Hahaha. Die ist da reingerannt. Oh, ist das. Hallo, verbesserte Wachroboter. Du kommst auch gleich nochmal zum Einsatz, würde ich mal sagen. Boah. Alter. Hol'n dir. Ich mag die. Ich glaube, jetzt benutze ich die öfters, weil es ist effektiv. Man kommt weiter als sonst was. Boah, der hat wirklich einen Raketenwerfer. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Kommt keine. Na, scheiße, ich auch. Zwei. Zwei. Oh, wir. Na, mich. Tschüss. Oder tschüss. Boah. Was? Ach, cool. Geld. Ich würde mal sagen, mein D4 ist gleich komplett wieder aufgeladen. Meine SG muss ich kurz nachladen. Ist nachgeladen. Bitte wieder, bitte wieder Schrotmon rein. D4 aufgeladen. Jetzt sind wir schon wieder hier. Dann sind wir auch gleich wieder draußen. Außer, die wollen mir nochmal Angst machen, was ich nicht glaube. Mh, so. Kann ich das mitnehmen? Oh, toll. Ach, cool, habe ich gar nicht gesehen. Und zurück zur Subway Town. Tja, und warum sind... Ach ja, wir sind gescheitert, weil die Energiezelle wohl kaputt ist. Plutonium. Ich weiß. Na, Stu? Nö. Disco-Skiu... Disco-Steu geht ab im Nu. So. Äh, ich meinte so. So? Hallo? Na, Rotstein? Was zum Teufel ist passiert? Ich hatte gute Informationen über das Feldtrieb. Und diese Kanister sind leer. Ja. Entweder versuchst du mich abzuzocken, oder jemand hat mich angelogen. Es ist ein Problem für mich. Es ist ein Problem für mich und damit auch für dich. Wenn die Gier jetzt ahnen, dass ich dich dahin geschickt habe, drehen sie mir den Strom ab. Wir brauchen eine dauerhafte Lösung. Reaktor. Unfall. Ich dich auch. Stromleitungen zu uns hier umleiten. Und dann so viele der Arschlöcher umlegen, wie du kannst. Sobald der Ort sicher ist, übernehmen meine Jungs. Problem gelöst. Problem gelöst. Aber du musst den Anfang machen. Ich schieße dir gleich was in den Arsch, mache ich den Anfang. Halt mir die verdammten Gierheds vom Leib. Dann lasse ich gut abgemacht. Jetzt ein kleiner Rad. Der Caprino, den du fährst, wird nicht lange gegen das standhalten, was die Gierheds für dich in petto haben. Ich würde mich nachher mit ein wenig mehr Biss umsehen. Genug geredet. Kümmer dich um die Gierheds oder ich. Okay. Ich habe einen Haufen Scheiße, die ich verkaufen kann. Na, Janie? Meine Ware ist exzäsionmäßig. So, zunächst. Objekte verkaufen. Äh, Ausrüstung, 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 Ausrüstung. Achso. Buch, Wein, das, 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 das. Kann weg. Behalt dich nochmal. Nein, nicht das. Da. So. Ähm, Nachtblüte. Desinfektionsmittel. Darf Energiezelle. Was? Vertritt Energiezelle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Behalt dich. Behalt dich. Vertritt Koppler. Habe ich zwei weg. Elektrobausatz behalt dich. Behalt dich. Behalt dich. Eins, zwei, drei, vier. Behalt dich. Äh. Eigentlich könnten beide weg. Äh, verbesserte Selbstschuldungsanlage. Achso, die habe ich. Wachroboter. Wingsticks. EMP-Granate. Hm, Bombenauto. Ja. Okay. Munition aus. Verkaufe ich. Verkaufe ich doch keine Munition. Ich bin doch nicht blöd. So. Kau... Kaufen. 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 Ich. Brauk. Hm, nein. Hm, nein. Einmal. Zweimal. Äh, das sind die EMP-Teile. Davon... Habe ich noch genug. Die SG müsste ich... Nein, das ist Scharfschützen. Das behalte ich. SG habe ich zu viel. Diese habe ich genug. Habe ich auch genug. Ich kaufe hier noch einmal. Komm wieder, wenn du... Und dann brauche ich einen... 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 Dynamitbolzen. Und... Das war's. Und mir wurde gesagt, ich soll mir ein besseres Auto, also mein Kopfrino, aufrüsten. Darum würde ich mal sagen, na Friday, Nobu, Omo... Wo ging's? Ach ja, hier. Uah. Boom. Uah. Boom. Ah, genau. Stimmt, hier konnte ich spielen. Habt dich noch nie gesehen, bist du rein? Äh, hier kann ich ein... Und da oben kann ich Sachen kaufen. Ich will gucken, wie viel ich hab. Was ich überhaupt kaufen kann. Na, Sparkly? Upgrades, Zubehör, alles. Na dann, hallo, willkommen bei Sparky. Hier gibt's die besten Autoteile und Upgrades, diesseits von Capital Prime. Bei mir bekommst du alles, um deine Karre härter, sicherer und vor allem natürlich, schneller zu machen. Danke. Zeig.